Das Knöpfchen, hoi, hoi, hoi. Willkommen bei Troubled Terrace Town. So, helle. Wir freuen den K.O. und K.O. ist der General S.N.E., der eine Plasma auf mich wirft. Yeah. Der Mann war. Hallo. Der Hexe. Hallo. Starboard. Hallo. Die Navo. Hallo. Und der Niklas. Hi. Nein, der ist runtergefallen. Nein, der ist runtergefallen. Springen Sie da. Nein, ich traue mich nicht. Springen Sie da. Ich habe Ö Mysterienangst. Na gut, das ist natürlich nur... Springen Sie. Springen Sie. Springen Sie. Springen wir noch. Ich will ja nie über dieses Band gehen, ne? Ich reibe ihn an dir, das bringt ihr Baume an. Bitte was? Bitte was? Ich reibe ihn an dir? Okay, okay. Ok, Naumo ist jetzt eigentlich ein Mann. Hau den Traitor weg. Hau den Traitor, ist das ein neues Spiel? Ja. Hau den Kevin. Hau den Kevin. Äh, ja. Dich pass auf. Ich bin jetzt schon verwirrt von dieser Runde. Hau den Kevin spielen. Ja, das stimmt. Hey, ich hab eine MP7. Wo bist du? Ähm, ich bin hier unten auf der Straße. Da komm ich jetzt wohl. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Sammelt. Okay. Hier unten liegen noch ganz viele Dinge von daher. Wenn ich für jedes Mal, wo Äckse mich als Traitor bezeichnet, 100 Euro bekommen wäre, wäre ich jetzt Multimillionär. Wahrscheinlich würde auch schon einzelner Euro reichen. Ein Selch nicht reichen. Ein Slotty. Äh, jetzt komm ich nicht hoch. Selch nichts. Ja, los. Ja, jetzt bin ich nicht. Ich bin die unsichtbare Leiter besonders. Er hat ihn getötet. Ich hab äcksel geschossen. Er hat ihn getötet. Er hat ihn getötet. Oh mein Gott. Oh nein, Eißsa. Was? Ach, Cyberbot habt ihr dann schon eigentlich für dich gesungen? Äh, nein. Oh, Tandebau. Oh, Tandebau. Oh, Tandebau. Der Cyber liegt da drunter. Was? Was? Oh, wurde erschossen. Ohne, Tandebau. Ohne, ich war schließlich an der AWP. Ich will übernahmen. Was? Ja, ich habe Partner da mit�egere an die Kühle der Vertriebe. Was? Bin ich jetzt zweimal im Spiel eigentlich? Nein, du bist holl. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Weißt du, es ist ja auch explodiert. Ja, du sideregst immer mal. Ja, keine foi. Aber das setzt er an, den Im Ernst? Wow, wow! Oh, scheiße! An seinen Geburtstag wurde der umgebracht. Seid mal ein paar Penner, ohne Witz. No DNA, das Geburtstagskind hat keine DNA. Hm. Corbisch. Kann er sich vielleicht auch mit Munition kaufen. So wie man Leichen kaufen kann. Ja. Oh, da liegt der Raketenmärker. Und Navi-Pas, ne. Ne, klar, so bist du jetzt eingeregt. Du hast ihn ja schön getötet oder so. Glaub ich. Hab was gefunden, guck mal. Wunderschön, wunderschön. Ja. Genius people. Geht ja sehr gewesen, wenn der jetzt einen Robber gehabt hätte. Ja, das wär gut gekommen. Ach, Niklas war auch schon tot. Ja! Das Witzige war, Navi-Shotok direkt neben euch hat sich da geflogen, oder nicht? Wow, Sherlock. Echt? Ach, da kam es. Einer von den beiden raus. Ich hab kaum bin grad wiedergekommen, deswegen. War ich jetzt grad nicht sicher, aber... Miau. Da wo ist ne Tatsche? Ich hab mal wieder den Fail des Jahrhunderts hingelegt. Ja! Etwas? Ich drück ab, ey, und treff Exona genau in den Kopf. Ja. Ich hab gedacht, ich würd diese scheiße Teil unten drunter treffen, und BOOM! Fäll da um. Ja, ist ja egal, im Endeffekt. Ja, ich bin ja auch in den Tod gesprungen, also so ist es ja nicht schief. Hi Niklas. Ich will den Fahrstuhl! Hey, lass die Tür auf! Ich will jetzt den Fahrstuhl, ich will zum Fahrstuhl! Fahrstuhl! Oh, ne F*** ist die da unten. Da unten drunter stehen ist keine... achso. Doch, ich kann mich docken. Ich bin klein genug. Wenn ich docken, ist es nahe. Äh, das ist ne... Na, ist na... Jetzt ist er tot. Ja, der ist nur tot. Ne, ist Alve. Ab und grad wiederbelebt. Niklas ist... Wann war es tot? Was? Nein, will ich nicht. Weglässt du das? Aim of Doom. Was hat er denn, wenn du machst? Niklas ist tot, ich hab ihn weggesniped. Ja. Ich hab ihn weggesniped, Niklas. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Warte, warte. Autosnipe hab ich ihn weggesniped. Ja, okay. Exist Proven. Okay, gut. Find ich gut. Äh. Musst du mich docken. So, ich will Proven, wer könnte sonst sein. Von allen anderen ist einer noch viel zu viele Menschen. Viel zu viele. Ne, drei zu viele. Wow, 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 wow. Was fährt er nicht? Warte, ich nehme das Fahrrad. Das war ne P2, hör. 20. Nase. Das muss mit. Bang. Auf jeden Fall. So, ich verkaufe, ich verkaufe, ähm, DNA-Scanner hier. Das wird uns beschützen. Das kann ich nicht. Headshot mit der USB, yeah. Das tat weh. Komm her. Bleib stehen. Das ist gut ne Fahrrad. Ich bin Proven. Er hat was getroffen. Dann wird zu schwer mit dem Fahrrad. Äh, keine Ahnung. Das Fahrrad. Das Fahrrad hat mir hoch getroffen. Aber der Täter zündet dich gleich an. Der Kollege. So. Sei ruhig steuern. Das ist auch ne Kugel. So. Er ist ein Kollege. Oh. Ich hab ein Fahrrad raus. Ja. Oh, da ist ein fliegendes Fahrrad. Das rettet uns, wenn wir runterfallen. Nabo und Riepe. Nabo und Riepe. Warum sind sie verletzt? Warum haben sie so entschieden, sich zu verletzen? Äh, mein Gerda Riepe hat mich geschossen hat. Wer da hat. Warum haben sie ihn nicht untergebracht? Ja. Ich gehe mal zu. Ich gehe mal zu. Ich gehe mal zu. Achso. Okay. Das ist. Okay. Das ist. Das ist. Du willst mir nur was gedankiert. Mach mal. Warte. Scheiße. Tögericht. Was? Excel-Lagerbericht. Ähm. Ich denke, Snay ist Trader. Aber er ist nicht Proven Trader. Er verhält sich nur wie einer. Wir können einen Deadwanger Test machen. Tut der das nicht immer? Ich verhält sich dann einen. Riepe hat keinen Deadwanger. Riepe hat keinen. Ja, aber. Schied mal einer auf, Snay. Oder haut ihn mal eine auf Deadwanger. Was macht er auf? Das kann Riepe machen. Wenn du dich. 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 Er hat einen Deadwanger. Okay. Du warst denn da wo? Und wann war er? Ich bin hier unten. Ganz im Frieden. Aua. Ja, Deadwanger Test. Der Trader ist sowieso nicht mehr wiederbelebt. Also. Wieso sollte ich einen Deadwanger haben? Hat überhaupt jemand einen Deadwanger? Wir hatten die Vermutung. Der T-Test. Der T-Test hat gesagt, du soll einen. Aaaaah. Einen Deadwanger Test machen. Riepe ist schon getestet. Außer hat er nach einer gewacht. Auf alles. Achso. Moment mal. Wann lebe ich noch? Ja, ja, ich lebe noch. Der lebe auch noch. Ich räum hier auf. Unser Befund HIV negativ. Ah, sehr gut. Ich fall nicht raus. Und da oben, Reaper. Dann wäre das ein bisschen scheiße. Ja. Eins. Einmal brauchen wir. Wir müssen aufpassen, Cyber. Papa Fenster, du. Da ziehst du doch drin. Wo ist Reaper? Da ist der. Hey, Reaper. Ach, Reaper ist unter dir. Auf dich wurde geschossen. Von mir. Von hier. Ja, nein, nein, nein. Nicht von hier. Auf mich wurde geschossen. Ja, auf dich wurde geschossen. Von mir. Nein. Nein. Ach mann, du Penner. Ich schicke mich mit der Nighthawk. Willst du brennen, Reaper? Wann? Bist du brennen? Hä? Nein, ich hab nur 68. Ich balancier hier lang. Ich lasse dich erst raus. Sei böse. Sei nicht böse, meine ich. Nicht gut. Friendship. Wow. Okay, der war bald gezielt. Reaper, beweg dich. Wo bitte ist der? Reaper hätte dich geschossen. Nicht bewegen. Nicht bewegen, Navo. Nicht bewegen. Hey. Ich hab mich gerade voll da reinbewegen. Du stehst im Rehbuch. Reaper, du hättest jetzt schießen können. Na ja, das sieht jetzt nicht so geil aus. Reaper, du bist nicht blühen. Du schattest dich fast rein. Snell ist frei zum Abschluss. Was? Wieso nicht? Ich hab doch ein Deathstroke-Test gemacht. Äh, Snell ist direkt vor mir. Äh, Snell ist direkt vor mir. Äh, Snell ist doch recht. Snell ist doch recht. Snell ist doch recht. Nein, ich bin der Snell, Navo brennig. Nein. Tot. Jawoll. Ne, ich hab ihn erschossen, glaub ich. Oder? Warte ich. Ja, ich hab zwei Teile erschossen. Nice. Girolimo. Versuch's. Ich hab ein Held. Was? Mit Held war das irgendwie so schlimm? 2 Headshots mit der Autosniper. Oh, Alter. Ne, das eine war kein Headshot. Tatsächlich. Das war ein normaler. Ja, war's halt ein normaler Schuss, meine Güte. Ja, ich dachte nur, weil Sniper ist ja relativ wichtig. Lass den Exit doch seine Fantasie. Wenn er sich für so toll hält. Ich hab zwei Trailer weggeschossen. Oh, die Witze. Hey, ich hab ein Schuh gefunden. Yeah, ich hab ein Schuh gefunden. Von welcher Marke? Ähm, könnte... Finde ich gut. Finde ich gut. Wir unternehmen heute eine Reise zu einem. Sehr schön, sehr schön. Ah, was geht ab? Wollen wir runterspringen? Nein, ich muss nur das Wader auf. Also, ich bin hier mit den Quatern... Oh, der ist doch. Oh, wow. Naaay! Sniay! Was sag? Was war keiner von uns? Na, er sagt erst mal ein Trailer an Sniay. Was ist passiert? Nein, nein. Wie genau ist das passiert? Das ist eine ganz normale Fasch, du fuck. Alter, Leute! Du darfst bei dem Fahrst... Ja. Was ist zur Hölle? hier so warte mal wieder es geht jetzt in den Fahrstuhl rein warte mal holt mal wer den Fahrstuhl runter geht nicht los oh mein Gott mit leichtenem Fahrstuhl unten holt mal wer mit dem Fahrstuhl runter oh danke ich hab ein Schuh guck mal wer hat jetzt Nikas umgebracht das ist ein Doc Martens oder? ne alter er hat sich selbst schon gebracht du bist aber auch jemand gestorben grad oder? wer ist wohl gestorben? was? da explodiert gleich einer was zum Teufel ey das gibt's doch nicht alter naivste Stryobot in Narvo oh mein Gott nein da ist jemand gestorben das war Reaper glaub ich er hat ganz fest verbekannt ja toll ich komm hier nicht mehr weg wo bist du denn überhaupt ach unter mir ist der ach unter mir ist der aber das sitzt unten drin mhm komm raus da komm raus aus dem Fahrstuhl ich hol den vorsicht mein Huhn ne mach ach komm nein komm ich hab ihm durch die Lücke durch die Lücke hab ich auf sein Kopf gezählt aber der Schuss ist gesprayt und an den Fahrstuhl gegangen schade was hier ist ein Huhn? oh man überlebt feines Huhn feines Huhn das wär schön gewesen wenn ich dir gar durch die Lücke ein Headshot gegeben hätte feines Huhn ich bin kurz weg wo bin ich denn hier gespawnt? dieser Todesfahrstuh ne? also ich weiß ja nicht was mit dem Fahrstuhl los war ne? der ist amok gelaufen voll aggressiv ist hier aber alter Schwede wo bin ich denn hier gespawnt? der im MAP kennt der noch gar nicht in Uganda? wow war er los nicht? du hast so ein Glück ne? ja du auch Snail ok hast du recht leider waren wir als Target ja du hast waren wir als Target auch das glaube ich Weeper sogar ich glaube auch wer da Autosniper hat gibt sie mir ja hab ich nicht wie du siehst ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da ich bin wieder da ich hab ne AUG willst du sie? und ich bin auf diesem Cut auch wieder da yeah Autosniper ich bin über die Exe brauchst du ne AUG? nur ne Autosniper eh wann waren wir nass wir hatten getötet ich hab nix getan ich hab hier ne Men wenn hast du getötet ich hab eine Melone dann macht die weg oh yeah er hat eine Melone getötet er töte sie wow ich glaube Exe ist tot ja doch what the fuck what the fuck what the fuck naja ich fahre nicht mehr mit diesem Fahrstuhl und da war ein Chill-Bike huch mir fallen Waffen vom Möbel nein niemand den Fahrstuhl betätigen niemand den Fahrstuhl betätigen niemand den Fahrstuhl betätigen sind wir gleich noch mehr Leute tot der Reiz war zu groß da könnte jemand den Kopf geduscht haben was war ist es behindert ist es behindert es ist es behindert es ist es behindert es ist ein behindert in unteren es sind zwei Knöpfe alter ich lebe das nein 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 böse ja was ist das eigentlich für ein Möbel hinter drin ich will hier lebend raus eine kommode noch was war noch lebe ich muss ja facheln was anderes unter mein gott jetzt kommt ihr wieder runter leute seid ehrlich alle lebensmüde nö 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 könnt ihr wieder hochfahren Ripple ist tot, ne nicht ihr tot da steht doch nicht ihr tot immerhin lebt Niklas noch? ja und hier kommt keiner hoch Cyber also bei Cyber glaub ich die erste ich hab keine ähm kann man hier mit dem Fahrstuhl nach oben bringen? der nervt mir ein bisschen nö du Penner du bleibst unten, Avokar awww was ist das denn? SNAAY was? ach Gott 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 ey dein Ernst jetzt Gott nee du hättest mir ne Waffe mitgeben müssen bitte für die letzte und jetzt nicht vier Minuten warten danke hm mhm Cyber du lebst ja noch ne? ja 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 wo bist du? das werde ich dir jetzt auch direkt sagen ich oh du explodierst gleich Niklas ich ich weiß nicht wo es ist ja cool das ist ja die ganze runde Navo ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht aber halt Abstand bei mir hier sind übrigens ein paar gute Waffen, ne? ja ich dachte ich komm ob ich um unser Problem tut das weh? tut das weh? ah das tut weh oh das tut tatsächlich weh das tut tatsächlich weh wooo kannst du uns überleben wooo im Fahrstuhl Alter kann ich mal einer hier rauslassen ich hab keine Ahnung wie ich im Fahrstuhl gestorben bin ich hab echt 0 A 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 alle legen die einfach so tot um ich wollt eigentlich auch noch mit nach oben aber irgendwie hat das nicht geklappt aber das war jetzt noch die geilste Runde über und ich hab das nicht wieder aufgenommen zwar mit Cut aber das ist genau die Runde mit Cut das finde jetzt geil am besten keine Props zu den Fahrstuhl oder? zumindest nicht so große nee ich fand's auch nie lustig erst einmal das Twitter ja Totta stell euch vor weil Alter ich aber ich hab nicht gewonnen als ich nicht mehr wiederbeleben konnte ich fand dass ich das nehmen muss ich ja durch den boden von deswegen gehabt hätte ich gesehen was ich für ein doppelpunkt gehabt hätte nein ich hab eine echte melone ist da noch ein seil bohr jetzt million werden geil aber es ist irgendwie nicht so warm da ist ein seil auf der rechten seite ja okay der fahrstuhl ist kaputt da ist nichts bei mir die leute nicht den fahrstuhl benutzen das ist tödlich ach man kann ihn benutzen ne das ne ich probier es mal aus oh gott ich überlebe den fahrstuhl oh gott ähm niklas wurde direkt vor mir abgeslifert aber ich kann den nicht mehr unterrufen das wäre mir zu gefährlich wie fast auf dem großen dach von dem großen wo ist auf dem dach mit den buchstaben oder was ja auf welchem mit dem großen ich sehe kein buchstaben da aber genau dem gebäude habe ich das letzte mal gesehen das bin ich wahrscheinlich ja das nicht aber ich habe dir gesagt wo er ist ich kann ja aber alles tun was du willst damit ich mich gut ja wir sind jetzt exe gestorben macht das war tatsächlich ein feld warte mal lass mich mal überlegen weepers tot exe ist ja nur gut na wo kann er ja na bin da beim fahrstuhl da bin ich auch aber der andere teil des fahrstuhls ach so oben oben oder unten oder oben wenn ich nicht bei dir bin bin ich wahrscheinlich woanders oben quietsch hast gehört quietsch wo du 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 ich du 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 jetzt kannst du wirklich deine dog martens kaufen das muss so sagen wo sollen wir die blockieren das wäre doch eigentlich die das ist ja mal so ziemlich ungeeignet für diese karte ja habe ich gesehen die habe ich die habe ich stehe oben auf dem dach ich wollte es eigentlich auf das war auch nicht so dramatisch auf was schießt du die rulepuppe hier melone was ist denn das oh da säuft einer da oben hat einer getrunken also das cyber steht neben mir der war schon mal nicht oh danke dass ich mich nicht verdächtig oben hat einer gesüffelt ja der steht da oben im gebäude auf dem dach steht einer auf jeden Fall was läuft denn da durch auf welchem dach jetzt hast du extra meinen äußern vorn zerstört auf welchem hotel genau melonenbob der da drin steht oder was das ist einfach nur eine melone hör auf dem dach vom hotel hörst du mir auch mal zu außerdem der detective da drin ich sehe keinen auf dem dach aha aha den sehe ich aber auch nein ja mal der einer Žijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Komm schon. Spannend war es auf jeden Fall. Ja, ich habe auf seine Leiche geschossen, weil ich nicht wusste, gesehen habe, ob er schon wo. Der andere steht auf dem Dach. Ich sehe, dass er da drüben steht, Mann. Ich sehe den aber nicht. Ja, vielleicht sitzt er wieder auch ganz unten. Ich sehe keinen auf meiner Leiche. Kann man die Leiche entfernen? Tut mir leid. Hier wäre die Mauer vielleicht? Du darfst damit machen, was du möchtest. Oh yeah. Geh mal einer von euch mit da aufs Dach hoch. Ich habe ihn vorher rumlaufen sehen. Ich habe den Kopf um ihn gesehen. Oh Gott, irgendjemand schießt hier. Der ist drinnen auf jeden Fall, oder? Nein, das ist woanders drin. Warte, warte, wir verstecken die hier. Den kennt keiner. Kann meiner aufs Dach vor? Das kann ich fast schon runter. Das ich kaputt snipe, ist jetzt dort, wo die Babys drin sind. Das will ich nicht mal kaputt snipen. Das habe ich kaputt gesnipen jetzt. Ah, die Babys. Geh da mal rein. Babys? Guck mal, der aufs Dach vor dem Hotel. Da bewegt sich was drin. Hier ist keiner. Reaper. Oh. Oh, Reaper war die ganze Zeit still. Exe, wenn du jetzt einen falschen Schuss abgibst, bist du instant tot, klar? Es kann höchstens Niklas sein. Oh, hier hat jemand den Hörer abgenommen, anscheinend. Niklas ist es auch, hat eine Taube gehabt. Gut. Ja, Niklas ist unten, wo die Leiche liegt. Er hat jemanden getötet. Ja, er hat Wanwar getötet. Ah, scheiße, und nach Wan. Sehr schön, Avoka. Hier. Armer, Mann. Na, wo fang mich? Nein, komm. Ich wollte dir gerade in der Luft noch einen Headshot geben. Hab es da ja nicht geschafft. Nein. Waaahua! Ich kann dir eine Pistole geben stattdessen. Ne, mit einer Pistole haben. Ist doch fast dasselbe. Piu, Piu. Oh Gott, oh Gott, oh Gottes Willen. Eine Pistole ist Piu, Piu, also? Weißt du, was du zu tun hast? Ich wäre feiner runtergefallen. Ihr süffelt doch gerade einer. Ja, das hat jemand gesüffelt. Ihr Säufer, ihr. Lecker. Okay, Säufer, mach gerne den Party, ich bin Fahrstuhl. Party hard. Deine Geburtstag Fahrstuhlparty ist das. Oh nein! Was denn? Nein, Alter. Ach, das ist ne Leiter. Ich wollte nicht runter, weil ich mit Säcke spiel. Existee, 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 schnell an den Hütten. Wo ist denn Exe? Fahrstuhl runterholen, komm. Du willst den Fahrstuhl runterholen? Ja, kann nicht mal jemand nach unten bringen. Hi, Wun Wun Wun. Hallo, Saiba. Was geht ab? Ich vertraue dir, weil du Exe entlarvt hast, ne? Ich bin Detective Wun Wun Wun. Ach so. Ja, okay. Ja, okay. Was ist denn Schuss, ey? Was ist das? Kann jetzt über den Parten schlafen? Oh, ey. What the fuck? Der Te... Leute, Leute. Wir haben noch einen Flopper, oder? Nee, das hat eh nicht mit dem Flop gelaufen. Deswegen durch Bug ist er losgegangen, der Flopper. Okay, ich hab Angst. Exe tötet mich durch seinen Flopper, indem er nur zu Gegenständen läuft. Bisschen, ich hab grad die Hulopuppe von mir und rütengeballt das Fahrrad umgeschossen. Warte, 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 warte. Boah, jetzt Calcium, ne? Scheiße, ich kann dich nicht wiederbeleben. Nein! Warte. Also wenn ich spät so heute war das Riefer. Ihr werdet nie wissen, was du gewesen bist, tut mir leid. Ihr werdet nie erfahren, was du gewesen bist. Jetzt wird niemand erfahren. Ja, warte. Niemand wird erfahren. Da kommt ein Tete. Ich kann den leider nicht wiederbeleben, das ist so kacke. Oh mein Gott, hier ist ein USB. Ah! Wie kannst du dich wiederbeleben? Äh, Snake? Hi! Ja, nein, was geht ab hier, Alter! Wenn ihr auch durch einen Propper sterben wollt, nur zuschiebt mich weiter mit Props. Dann sterbt ihr durch die selbe Szene wie eben der andere. Ja, den will ich sehen. Er hat sich noch nicht mal den Namen gemerkt, ja? Ich weiß, wer es ist, aber ich sag's nicht. Der Navo ist tot, das weiß ich aber auch schon, Mann. Der, dessen Namen nicht genannt wäre. Warte, was? Ich weiß genau, wer es ist, aber ich kann den nicht wiederbeleben. Der G-Man ist Tee! Du, der gestorben ist, ich hätte dich wiederbeleben. Wer ist denn G-Man? Der G-Man, der ist tot. Tut mir leid, ich kann mir keinen Defi mehr holen. Der G-Man ist Tee. Ach, das war wahrscheinlich Echse, ne? Ja. Äh, Weepa, Weepa ist es! Weepa hat einen Death Note gerade in der Hand gehabt. Ich dachte mir gerade, was ist denn das für eine Waffe? Okay. Ja, ich habe ihn umgebracht, aber ich warte noch auf die M. Okay, kommt nicht. Okay, da war der andere gar nicht. Hä? Der war doch gar nicht Traitor, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Das weißt du doch, du wolltest ihn doch einfach nicht. What the fuck? Lebst du noch? Nein! Echse! 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 Soll ich fragen? Echse! 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 Also, Cyborg und Axel sind auf jeden Fall proven, das stimmt. Ich bewege mich nicht. Ich bin auch auf dem Haus. Lieber nicht. Wenn ihr packt da ganze Bildschirme. Wenn ihr packt da ganze Bildschirme. Wenn ihr packt da ganze Bildschirme. Wenn ihr dich bewegst. Mein Gott. Ich will nicht sterben, Mann. Ja, ich will aber kein Erdbebenbildschirm. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Cyborg und ich sind proven. Auf jeden Fall, das stimmt. Fuck. Wann war es schon mal nicht, weil der wurde von unten geschossen. Jemand, der hinter uns hat. Der, der unten ist, ist es also. Darf ich schubsen? Nein. Oh. Au. Au. Wie spät ist es? Oh, die Uhr hat keine Uhren. Die Uhr hat keine Uhr? Ja, hier. Wie heißen das nochmal? Uhrzeiger. Fuck. Hallo, kommen noch mehr Leute. Niklas wird fast tot. Ich glaube, es sind gleich alle hier oben. Dinger sind geschossen. Na, wo könnte es gewesen sein? Ach, hier kommt man hoch. Nein. Wann war es nicht? Ja, ich war es nicht. Also, es ging... Na, wo, Reaper oder Snake. Ist es egal, was haben wir vorbeigeflogen? Ich hatte meine Hunde und Puppe. Wann war. Ah. Ja. Niklas, ähm, Cybernese Prover auf uns wurde in Friendship geschossen. Wann war ganz überzeugend. Ja, ich. Genau. Ich war hinter euch und wollte euch in den Farstuhl reinschubsen. Also, du kannst... Jemand von unten hat den geschossen. Das heißt, entweder du oder jemand, der neben dem stand, hat den geschossen. Weil der war von unten in den Farstuhl reingeschossen. Also, ich wollte euch schubsen, aber ihr habt... Ah! Der hat gekauft. Mann, das gibt's doch nicht. Das war ohne. Das gibt's doch nicht. Weißt du? Doch. Ähm, Niklas. Ja? Was nicht mit Gridas von Weißes? Doch, ich hab das mitbekommen. Aber ich hab 20 HP und das wäre nicht so geil, wenn... Was würfel ich denn mal? Da müssen wir uns zusammentun. Überlebst. Und was ist, wenn du der andere Traitor bist? Der andere ist schon tot. Ja, sicher. Ah, tatsächlich. Oh, Alter, der hat Glück. Das war ja gut. Ja, ich würd sagen, wir haben die Runde gewonnen, ne? Ja, ne? Wann war? Ja, mit Ansage sogar. Ja. Ja, gut. Okay. Bum. Wieso bringst du ihn nicht nur wenigstens um? Mitleid. Hui. Letzte Runde war alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Tschüss. 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 Tschüss.